Hey, Johanna, wie viel ist 8 mal 6? 48, 48, ha! Das kann ich sogar im Schlaf. Und das ist auch ganz gut so, denn das 1 mal 1 ist super wichtig in Mathematik. Und deswegen gibt es jetzt noch eine kleine kompakte Zusammenfassung für dich. Hier siehst du noch einmal im Überblick alle 1 mal 1 rein. Die musst du echt im Schlaf auswendig können, so wie ich. Schauen wir uns nochmal die 8 mal 6 Aufgabe genauer an. 8 mal 6 bedeutet, dass du die Zahl 6 8 mal hintereinander addierst. Stell dir vor, du machst einen Großeinkauf Eier, zu Ostern zum Beispiel, und kaufst 8 Eierpappen mit jeweils 6 Eiern drin. Das ist 8 mal 6. Und wenn du das ausrechnest, dann sind das 48 Eier. Beim 1 mal 1 gilt dann, dass du die Zahlen einfach vertauschen kannst. Wenn also 8 mal 6 48 ist, dann ist auch 6 mal 8 48. Also 8 plus 8 plus 8 und so weiter. Nämlich 6 mal ergibt auch 48. Das ist sehr praktisch. Denn manchmal kann sich unser Hirn bestimmte Aufgaben leichter merken und andere viel schwerer. Wenn du also mit 8 mal 6 Schwierigkeiten hast, aber 6 mal 8 gut kannst, kannst du die Zahlen einfach drehen und hast das Ergebnis trotzdem. Es lohnt sich auch zu merken, dass alle Zahlen mit 1 multipliziert einfach als Ergebnis die Zahl haben. Also 1 mal 7 ist 7, 1 mal 5 ist 5 und so weiter. Und auch hier gilt, das Ergebnis bleibt gleich, wenn du die Zahlen vertauschst. Also 5 mal 1 ist auch 5. Ähnlich ist das mit der 10. Jede Zahl mit 10 mal genommen ist die Zahl mit einer 0 drangehängt. Also 10 mal 7 ist 70 und 10 mal 5 ist 50. Und, klar, auch hier wieder andersrum. Eine Besonderheit. Multiplizieren mit 0. Das Ergebnis ist immer, wirklich immer 0. Jetzt kommen wir noch zum 10er 1 mal 1. Hier auch dazu mal eine Übersicht. Das Beste daran, wenn du das 1 mal 1 kannst, musst du überhaupt nichts Neues lernen. Du musst dir nur eine Sache merken. An das Ergebnis der 1 mal 1 Aufgabe eine 0 zu hängen. Wenn also 6 mal 8 48 ist, dann ist 60 mal 8 480. Du hängst quasi die 0 aus der Aufgabe an das Ergebnis. Und natürlich kannst du hier die Aufgabe auch wieder drehen. 8 mal 60 sind auch 480. Und wenn du die Nullen tauschst, bleibt das Ergebnis auch gleich. Also 6 mal 80 und 80 mal 6 sind auch 480. Und jetzt noch das Profilevel. 60 mal 80 oder 80 mal 60 kannst du mit Hilfe des kleinen 1 mal 1 auch super einfach lösen. Du rechnest wieder die 1 mal 1 Aufgabe, also 6 mal 8 gleich 48 und hängst dann an das Ergebnis so viele Nullen dran, wie in der Aufgabe sind. Also hier 2. Und dann ist das Ergebnis 4800. Wie du siehst, wenn man das kleine 1 mal 1 einmal drauf hat, wird vieles einfacher. Man muss gar nichts zusätzlich lernen. Hey, ich hoffe dir hat das Video gefallen und dass wir dir weiterhelfen konnten. Wenn du jetzt noch den Stoff richtig festigen willst, dann schau mal auf LearnAttack.de vorbei. Dort findest du zu jedem unserer Videos passende interaktive Übungen in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Den Link findest du in der Beschreibung zu diesem Video. Wenn du dann auch all das Gelernte überprüfen willst, dann haben wir noch echte Klassenarbeiten von richtigen Lehrern für dich. Samt Musterlösungen natürlich. Also schau einfach mal rein auf LearnAttack.de